Was haben Sie diesen Monat vor, Herr Pigor? Ist es schon wieder soweit? Es ist Juli! Die Versteigerung von Lizenzen diverser Frequenzen hat damals fast 5 Milliarden eingebracht. 5 Milliarden zahlten damals Mobiltelefonbetreiber für die Nutzung von Frequenzbereichen. Was kaum einer weiß, andere mussten dafür ausweichen. Wir, Musiker, Sänger, Theater, alle die sich auf Bühnen drahtloser Mikrofone bedienen, standen plötzlich vor der Situation. Entweder du kaufst dir ein neues Mikrofon oder du hast auf einmal ein Babyphone auf deiner Anlage mitten in der Show. Oder ein, oder so ein, dein Risiko. Wir haben einfach keine Lobby. Wir sind der Spielball der ver***ten Bundesnetzagentur. Die interessiert sich einen für Kultur. Wir haben einfach keine Lobby. Keine Lobby. 2015 beginnt der eigentliche Skandal. Sie landeten denselben Coup nochmal. Wobei unter dem Vorwand, Breitbandinternet in ländlichen Gebieten einzurichten, ausgerechnet die Frequenzen unter den Hammer gerieten, die wir 2010 zugeteilt bekamen. Wieder 5 Milliarden Einnahmen. Toll! Die Telefon-Giganten gehen Frequenzen shoppen. Und wir können unsere Mikrofone schon wieder in die Tonne kloppen. Das ist eine dermaßende Ungerechtigkeit. Das ist eine Sch***. Diese ver***ten gehören meiner Ansicht nach ge... Wir haben einfach keine Lobby. Die Bundesnetzagentur schiebt uns hin und her. Die Mobilfunkanbieter sind milliardenschwer. Und Veranstaltungstechnik interessiert nur perifär. Wir haben einfach keine Lobby. Leider ist der Sachverhalt ziemlich kompliziert, weshalb das außer ein paar Bühnenhansel niemanden interessiert. Doch es ist ein Teil unserer Kultur. Eine bedrohte Art. Rettet das Funkmikrofon! Wir haben leider keine Lobby. Bleibt zu hoffen, dass es bei der Umstellung auf DVB-T2 einen Aufschrei gibt. Wenn Millionen funktionierender Receiver in die Tonne gehauen werden müssen, weil es eine Behörde so beschlossen hat. DVB-T2. Ja, das digitale terrestrische Fernseh-Antenne. Und die Umstellung kommt 2016. Da sind vielleicht auch Sie betroffen. Da sind vielleicht auch Sie betroffen.